Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Werkstatt Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Trailer und da war so ein Schloss dran und das habe ich jetzt mal gepickt. Hier unten habe ich mein Werkzeug liegen und man kann auch sehen, es steckt kein Schlüssel drin. Den habe ich also tatsächlich mit einfachster Weise gedreht gekriegt. So sieht es von hinten aus. Ging also ganz einfach und mein Nachbarn, der hat den Schlüssel wahrscheinlich drin gelassen. Okay, ein Teil ist auf und dann würde ich ihm Bescheid sagen, dass er jetzt wieder an seinen Hänger kann.